Der Tick-Trader in unserer Reihe MT4 Tuning. Um den Tick-Trader zu nutzen, gehen Sie wieder auf unsere Website www.admiralmarkets.de und dort auf Handelsplattform MT4 Tuning Supreme. Hier steht Ihnen ein Download-Link zur Verfügung, mit dem Sie die neueste Version unserer Supreme-Erweiterung herunterladen können. Nach der erfolgreichen Installation finden Sie den Tick-Trader unter den Expert-Advisoren im Navigator-Fenster. Das Marktfenster im Tick-Trader, hier rot markiert, zeigt Ihnen die ersten 50 Produkte an, die auch im Markt zu sehen sind. Rechts daneben finden Sie im Dropdown-Menü fünf verschiedene Chart-Typen. Der Tick-Chart zeigt jede noch so kleine Veränderung auf Bit- und Ask-Seite an. Die Zeit zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Zeiteinheiten kann variieren, je nachdem wie aktiv der Markt ist. Der Tick-Speed-Chart zeigt Ihnen jeden Tick und zusätzlich noch in grauen Balken dargestellt, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Ticks lag. Jeder graue Balken zeigt die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ticks von fünf aufeinanderfolgenden Ticks. Umso kürzer die Balken, umso schneller folgten die Chorstellungen aufeinander. Der Timed-Chart zeigt Ihnen auch jeden Chart, nur dass die X-Achse in gleich große Zeiteinheiten aufgeteilt ist und es dadurch deutlicher wird, wie viele Chorstellungen es gab. Der Tick-Candles zeigt die klassischen Kerzen, wobei jede Kerze aus fünf Ticks besteht. Und der Versus-Chart zeigt die Korrelation zwei unterschiedlicher Produkte auf Tick-Basis. Mit einem Klick auf Pause haben Sie die Möglichkeit, die Tick-Bewegung anzuhalten. Der Download-Button ermöglicht es Ihnen, die Tick-Charts in Excel zu exportieren. Und rechts neben dem Download-Button können Sie festlegen, wie viele Ticks Ihnen maximal angezeigt werden sollen. Auch im Tick-Trader haben Sie die Möglichkeit zu traden. Um eine Order über die Maus zu platzieren, klicken Sie entweder in die obere rechte Ecke oder auf den Buy- bzw. Sell-Kurs in der unteren rechten Ecke. Daraufhin öffnet sich eine kleine Order-Maske, in der Sie die Aktion, also Buy oder Sell, als auch das Volumen festlegen können. Da das Hedging hier nicht gestattet ist, führt das Öffnen einer neuen Position in die entgegengesetzte Richtung zu dem Schließen der vorherigen Position. Wenn Sie das Häkchen in der Order-Maske gesetzt haben, haben Sie die Möglichkeit, auch über die Tastatur zu traden. Die Tastenkombinationen sind STRG-B, um eine Buy-Order aufzugeben, STRG-S für eine Sell-Order, STRG-C, um alle offenen Positionen zu schließen und mit der SHIFT- und Tabulator-Taste können Sie von einem Feld zum nächsten springen. Zusammen mit dem Tick-Trader gibt es eine neue Funktion im Mini-Terminal. Diese ermöglicht es Ihnen, den Mini-Terminal immer im Vordergrund zu haben. Das heißt, Sie können beispielsweise den Tick-Trader und den Mini-Terminal gemeinsam verwenden. Dazu ziehen Sie bitte den Mini-Terminal auf einen neuen Chart und klicken in dem sich öffnenden Fenster auf Input. Im Anschluss verändern Sie den Wert der Variable DETACHED TOPMOST zu TRUE. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, den Mini-Terminal auf den Tick-Chart zu legen und beide Tools parallel zu nutzen, ohne dass einer der beiden verschwindet, sobald Sie den anderen verwenden. Bitte kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen oder Anregungen. ... ... ... Vielen Dank.